Prima, wenn wir soweit fertig sind mit der Anpassung unserer Ordner, können wir das Fenster hier wieder schließen. Ihr könnt es jederzeit über Darstellung, Darstellungsoption wieder einblenden oder Command-J, das kann man sich auch gut merken, Command-J blendet dieses Darstellungsfenster wieder ein. Ich schließe es jetzt hier wieder. Jede Darstellungsform, die kann unterschiedlich eingestellt werden. Hier haben wir ja die Darstellungsform, dass alles als Symbole dargestellt werden soll. Wir klicken jetzt aber mal auf die Darstellung, dass alles als Liste dargestellt werden soll. Ihr seht, jetzt ist der Bildschirm nicht mehr grün. Jetzt haben wir hier so ein abwechselndes Zeilenraster und wir sehen in der Listenansicht hier oben Spaltenüberschriften. In dieser Spalte hier werden die Ordner derzeit nach ihren Namen sortiert, bei Zahlen eben nach ihren Zahlen sortiert. Hier fängt er mit der kleinsten Zahl an, 2014, und geht bis zur größten Zahl runter. Das können wir aber verändern, indem wir auf diesen Pfeil hier klicken. Damit ändern wir die Sortierreihenfolge. Jetzt wird also von oben nach unten gezählt. Dieses Sortieren nach Namen, das ist mit Zahlen etwas schwer darzustellen. Deswegen werden wir ein paar neue Ordner anlegen. Ich melde den ersten an, nenne den A, dann kommt der nächste Ordner, den wir B nennen, der nächste, den nennen wir C und noch einen, den wir D nennen. So, ihr seht, jetzt ist die alphabetische Reihenfolge eben D, C, B, A und wir können das über den Pfeil hier verändern. Jetzt kommen zuerst die Ziffern, das sind ja die Ordner mit unseren Jahreszahlen und dann kommt die Reihenfolge des Alphabets A, B, C, D. Ändern wir das? Ist es genau umgekehrt? Jetzt kommen zuerst rückwärts im Alphabet die Ordner mit den alphabetischen Namen und dann die Zahlen und klicken wir hier drauf, kommen zuerst die Zahlen und dann die alphabetische Reihenfolge der Ordner. Hier drüber erhalten wir also die Sortierung nach dem Namen der Ordner oder auch Namen der Dateien, denn das gleiche gilt auch für Dateien. Wir können aber auch in diese Spalte klicken und sagen, wir möchten das Ganze hier nach Änderungsdatum sortiert haben. Sobald wir hier reinklicken, wird diese Spalte schwarz dargestellt, die anderen sind jetzt ausgegraut und man sieht, jetzt sortiert das System in dieser Listenansicht die Ordner nach dem Änderungsdatum. Die zuletzt erstellten und geänderten stehen jetzt hier am Anfang, das sind unsere neuen Ordner und dann werden sie der Uhrzeit nach eben abwärts sortiert bis auf die, die wir dann auch gestern erzeugt haben. Und auch das können wir ändern. Wir können auch hier auf den Pfeil klicken und sagen, zeig uns die Ältesten oben an und die Jüngsten ganz unten. Also über diese Pfeile lässt sich die Sortierreihenfolge jeweils verändern. Klicken wir eins weiter, dann kann man das Ganze nach Größe sortieren, da wir hier aber keine Angaben haben, wie groß die Dateien sind. Und für Ordner wird keine Größe angezeigt, nach der wir sortieren können. Das bezieht sich nur auf Dateien. Können wir hier mit der Sortierung auch nicht viel erreichen. Und es gibt hier noch einen Menüpunkt, der heißt nach Art sortieren. Ihr seht, alle unsere Dateitypen sind von der Art her Ordner. Deswegen ändert sich hier in der Reihenfolge der Sortierung auch noch nichts. Das ändert sich später, wenn wir mit Videodateien, Bilddateien, Textdateien und anderen Dateiformaten arbeiten. Dann können wir sie nämlich nach der Art sortieren lassen und zum Beispiel alle Bilder zuerst anzeigen, dann alle Videos anzeigen lassen. Da kommen wir dann aber später drauf zu sprechen. Also die Listenansicht ist insofern praktisch, als dass ich nach bestimmten Kriterien hier die Dateien und Ordner sortieren kann.